Da sind wir wieder! Seit Sonntag, dem 1. März, präsentieren wir Ihnen unsere Innovationen und Neuheiten ausführlich auf all unseren Online-Kanälen. Das sind die FAERT Innovation Days 2020. Wir haben für Sie alle wichtigen Informationen gebündelt. Finden Sie Videos, Bilder, technische Daten und überzeugende Wow-Effekte unter FAERT.com. Seit dem 1. März haben wir täglich eine weitere Innovation für Sie enthüllt und Sie somit vier Tage etwas auf die Folter gespannt. Heute durften wir Ihnen das letzte Geheimnis lüften und präsentieren Ihnen online unsere Werkzeuge mit X-Log. Aber allen voran stand natürlich die Enthüllung unserer Weltneuheit am 1. März. Unser neues System NITOCAT, die erste 100 m pro Sekunde Trennscheibe am Markt. Das ist die neue Trennscheibe für schnellstes Arbeiten weltweit. Überragende Trennleistung und Standzeit durch deutlich gesteigerte Schnittgeschwindigkeit. Das System bietet ein noch nie dagewesenes, komfortables Trennerlebnis. Zudem selbstverständlich höchste Sicherheit der Trennscheibe dank neugardiger Glasfaserarmierung. Unsere zweite Enthüllung kam am Montag. Die dünnen Trennscheiben von FEAT. Sie zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensiven Forschungs- und Entwicklungsarbeiten und die gezielte Umsetzung in unseren hochmodernen Fertigungsstätten garantieren einen hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard, der die Premiumqualität von FEAT ausmacht. Unsere Hartmetall-Frehstifte für Hochleistungsanwendungen durften wir Ihnen am Dienstag präsentieren. Unsere innovativen Hartmetall-Frehstifte zeichnen sich durch ihre Material- oder anwendungsspezifische Auslegung aus. Dies garantiert eine optimale Zerspanungsleistung und hohe Aggressivität bei gleichzeitig guter Führbarkeit. Jörg Hesse hat es bereits erwähnt. X-Log von Bosch ist das weltweit erste Schnellwechselsystem für Winkelschleifer. Werkzeuge in der X-Log-Aufnahme positionieren, aufklicken und fertig. Unsere große Bandbreite an FEAT-Produkten mit der X-Log-Aufnahme haben wir Ihnen heute präsentiert. FEAT hat das Prinzip für die Verbindung von X-Log-Stanzteil mit dem gebundenen Schleifmittel, Fächerscheibe oder mit der Bürste entwickelt. Wir haben die Voraussetzung geschaffen dafür, dass dieses auch industriell gefertigt werden kann. Darauf sind wir stolz. Wie wir es gerade mit unseren FEAT Innovation Days demonstrieren, halten wir eine Online-Präsenz enorm wichtig. Wir möchten Ihnen unsere innovativen Werkzeuge sowohl auf unserer FEAT.com näher bringen, aber nutzen auch die sozialen Medien wie Facebook, Instagram und YouTube, um Ihnen die Wow-Effekte unserer Werkzeuge eindrucksvoll zu demonstrieren. Wir blenden Ihnen die Links zu unseren Kanälen ein. Sie finden diese aber auch in der Videobeschreibung. Folgen Sie uns und sehen Sie, dass es sich lohnt. Insgesamt sind wir wieder sehr stolz, Ihnen auch in diesem Jahr großartige Innovationen und Neuprodukte anbieten zu können. Zudem freuen wir uns aber auch, Ihnen dies auf einem neuartigen und innovativen Wege präsentieren zu können. Wir wünschen Ihnen viele Wow-Effekte mit unseren Werkzeugen.